Ich weiß nicht, das ist halt dieser Bug, dass es halt zu einer Granate wird, aber wenn du allgemein zu einer Traitor-Waffe wechselst, dann sehe ich ja, was das war. Und wenn du halt mit einer Traitor-Waffe an dir vorbeiläufst, dann sehe ich das schon. Weißt du, was so witzig ist? Da ist in einer der ersten Runden bin ich ja an Fabio vorbeigelaufen und habe reingeschnitten, so von wegen so, ach, tolle Granate, die du hast. Und dann haben wir vorbeigelaufen. Aus seiner Sicht war das aber dann in dem Fall eine Zaube, das ist noch so spüchig. Alter, was ist das eigentlich für eine crazy Map hier? Ich bin bescheuert gewesen. Ich finde es krass, dass wir jetzt zwei Traitor-Wars und drei Indos hinterher haben. Das wird jetzt hier. Äh, Fabio, kannst du bitte... Ja, ich brauche mal eine Waffe. Ich gehe mal kurz hier rein. Ja, das ist vorbei. Hey! Oh nein, jetzt kommt wieder einer. Ich brauche eine Waffe. Juni, warte. I have a pen, I have an apple. Ah. Oh, hi. Ist da hinter dir ein Spiegel oder noch eine Person? Oh, hi. Ah ja, hier sind die wieder alle. Vier Stück. Bruder. Ja. Und jetzt Thomas. Hier endet's. Das ist die End. Piu, du. Lebe deinen Schaum, denn er wird wahr. Alter, ihr seid ja alle auf einem Fleck hier. Äh. Ich hab mir ein bisschen Angst. Das ist ein Spiegel. Ich hab die auch gerade so gemacht. Das dachte ich aber auch. Warte mal, ich kann dir mein Kind zeichnen. Alter, ich war gerade so... Nee, kann ich nicht. Hä, warum steht da jemand vor mir ohne den Namen? Hä? Ich hab auch gerade gedacht. Ja, ich auch gerade so. Oh, wie ist das hier auf einmal? Oh Gott, Alter. Wo seid ihr? Die acht Leute sind hier. Ich hab auch im Spiegel seh. What? Ach, das ist ein Spiel. Oh Gott, Alter. NANI? Ich hab heil. Luca. Luca, ist es? Luca, ist es? Brennen, Luca. Ich hab heil. Fuck. Sorry, Selina. Ah, nee, Selina, war's. Dann nicht sorry. Stirb. Ich war keine große Helden, Luca. Achso, achso, ich wusste, doch, du hast mich hart runtergeschossen. Du hast mich hart runtergeschossen. Also. Ich wollte dich nicht dann triggern, dass du auch tötest, sondern ich wollte eigentlich die triggern, dass sie sich gegenseitig töten. Das sind nicht mehr viele übrig geblieben. Ich hätte, glaube ich, so oder so auf sie geschossen. Deswegen habe ich im Nachhinein so gezögert. Also, ja, komm, die fallen sich jetzt ab, aber dann hast du auch mitgeschossen. Alter, lecker. Ich hab nicht alle. Was war gerade festgehangen? Ja. Diese scheiß Kiste. Alter, hier sind viel zu viele Türen. Waffe. Dann benutze nicht. Oh, na, ich hab mich schon wieder über den Spiegel. Oh, was ist das für eine Waffe? Kein Geschmack an guten. Oh, wir gehen mal wieder. Gesundheit. Das war gar nicht in Gang. Hey, ey, lass die Türe auf. Oh, sorry. Wer warst hier mal die Türe, die ganze Zeit? Ich hab Angst im Dunkeln. Werde ich immer wieder ein? Werst mich immer gerne eine? Schlaf. Äh, ich wer kann hier... Wer kann hier... Wer kann hier... Alter, yo, Leute. Nimmt das nicht zu. Ist das eingeklemmt, Benny? Hi, Selina. Hallo. Oh, geil, Melonen. Hä? Ey, die kann man sogar halbieren. Ja, nice. Was kann man halbieren? Immer auf die Melonen schießt. Das ist ja weiß. Immer auf die Melonen. Immer auf die Arme. Ich seh schon, bei Luca bildet sich hier so ein Muster ab. Ein Muster? Ja, ja. Wird in der Rauchgruben begeschmissen. Nee, ich rauch nicht. Smokes nur. Schon wieder diese schlisse Spiegel. Andi! Okay. Warte, jetzt häng ich hier. Bleib dort, wo du bist. Okay, der ging daneben. So, wo ist der letzte hier? Yo. Ah, schade, das war so knapp. Oh, die für an die Tür platzieren. Guck, das ist das. Die kennen den Scheiß halt nicht. Aber du, ich kenne die Tür auch durch nichts, Selina. Aber das macht ja nichts. Das lässt sich jetzt kennen. Aber man kann es ja auch, bevor ihr kauft, falls ihr die Zeit habt und niemand mit euch im Raum ist, könnt ihr da rechts durchlesen. Du wirst halt direkt. Du wirst halt direkt. Aber ich bin jetzt zum Beispiel, ihr wart ja auch alle drin. Ihr wart ja alle drin und ich bin erstmal rausgelaufen, um mir kurz hier durch den, äh, durch den Store zu gehen. Guten Tag, ja, oder du hier. Ja genau, jetzt direkt nach Rundenbeginn. Alter. Muss jetzt nicht so empfindlich sein. Was hast du eigentlich da geworfen, Andi? Das war die Combustible Lemon. Eine Zitrone, die, äh, Feuer macht. Also das ist wie eine Granate. Das ist zum Beispiel ziemlich einfach. Genau. Ausrüstet. Ich überlege gerade immer, was, was für einfache Sachen es gibt. Oh, da gibt alles mögliche. Es gibt die Banana Bomb zum Beispiel auch noch. Die ist kacke. Die tötet mich aber selber. Ja, Benni, was, was machen wir hier? Ja, ich geh mal hier auf den Turm hoch. Ja, ich seh, wie du da hochgehst. Nee. 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 Ey. Oh, nice. Ey, was war das für eine Scheiße hier? Bist du auf das Dach, da geht man ein Bett? Die geht gar nicht auf, oder was? Ja, ich wurde da drauf gesprengt. Doch. Okay, da machst du wieder zu. Ich will nicht. Nein. Ja, genau. Du offensichtlich, oder wie? Guck, wie er reagiert. Seh den auf die Probe. Wo ist er? Wo seid ihr? Beim Spiegel. Oder? Barbie? Hast du gerade einfach auf den Spiegel stehen? Nein, schoßen. Oh, lol, das war schnell. Okay, gut gemacht. Das ist der Assi, Mann. Ich wollte, ich wollte das Ding benutzen. Ich wollte das Ding benutzen, was Selina geholt hat, letzte Runde. Selina, das ist eine Klebegranate, die du aufladen musst. Kann ich die aufladen? Ich glaube, die Schusstaste gedrückt halten. Wenn ich das nicht gerade richtig gelesen habe. Nichts war drücklicher einfach ab, ist mir schlecht egal. Du hast ein gutes Bauchgefühl. Ich war auch wirklich am shoppen. Ich habe ganz schön Panik bekommen, als ich dieses Ding in der Hand hatte und du versuchst, die Tür aufzumachen. Die Probe ist dann meine Kugel in seinem Kopf. Ja? Hey. Du guckst dann, wie er reagiert. Ja. Das finde ich jetzt gemein. Ich bin gerade außen rückwärts laufen die ganze Zeit. Jetzt ist das so ein Alibi, gell? Ja, ist es. Immer. Aua. Das leckt gerade so ein bisschen. Und die Waschmaschine ist aber auch richtig neu, muss ich sagen. Waschmaschine. So wie alles in dem Ding. Ja, mit Kalko. Jetzt kommt gleich draußen im Garten. Was? Mein König, du, der Öhrer. Was? 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 Ich hoffe, du wolltest das Fenster treffen. Nicht mich, Benni. Ich bin nur das Fenster treffen. Ey, 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 Benni. Was? Ich bin es nicht. Ist dann wahrscheinlich Luca oder Bennet? Also Benni oder wie? Ne, ich bin es nett. Ich sage, ich brauche euch beide. Ihr seid doch bitte beide. Da schaut doch hier. Ja, guck mal. Ah. Okay, Benni ist es nicht. Moment, aber wie hat dann Selina geschrieben? Yo. Andy, schon wieder oder was? Ja, wenn es Benni nicht ist, wir sind die einzigen beiden, die leben. Du musst es sein. Außer Luca wurde wiederbelebt. Ja, wer? Ja, Benni hat doch gerade den Traitor gemacht. Andy, es ist Andy. Muss ich nachladen? Ja gut, ich bin es. Ich bin halt der Letzte, der üblich ist. Warte, lass mich kurz shoppen. Ich wollte gerade meine Schaufel rausholen, Andy. Danke. Alles gut. Hab ja gewonnen. Ich verzeihe dir. Andy ist ja sogar seinen eigenen Traitor, du. Zähn hier, was war das echt gerade von dir? Hä, wieso, du? Hä, ich hab doch gar nicht gesagt, dass du es bist. Oh, wie diese blöde Melone platziert. Ich bin sehr schlecht da drin, schnell zu lesen. Ja, und? Ich hab irgendeinen Namen gesagt. Ja, ich hab's gemerkt. Hä, ich hab nur ne, ich hab, ich hab nur ne Melone platziert. Na und, damit hab ich dich doch nicht verraten, oder? Ich weiß auch nicht, wo ich es bin. Ich hab das zu spät geblickt, dass da ne Melone drin ist. Und stand nicht bei der Melone. Und Andy war dann da. Und dann dachte ich, wieso... Ach so, du hattest einfach Pech. Ja, mach das doch nicht. Ja, ich hab da aufgehängt. Mach das halt nicht. Okay. Ja, so für nächstes Mal ist halt ne Tug. Ja, und einfach das ausgelust, dass er genau wusste, wo ich bin. Was ich gerade tue. Hat dir so viel Spaß? Sag mal, gibt's hier nur Sniper? Nee, ich hab ein Maschinengewehr. Ich hab die tolle Carvon. Ne Katze. Ich hab auch schon ne Shotgun gefunden und sowas. Ach, geht die Kerl. Also, ich geh schon vor mir Sachen. Und hier ist ne Axt, oder was ist das? Ja doch, hier ist ne Axe. Du musst halt nur durchs Schlafzimmer durchgehen. Hallo, wer schießt. Die Shotgun schießt. Warum bist du da einfach schon gestanden? Leute, wer am Falle? Vor. Ich bin beschossen worden. Ich bin gleich tot. Ich bin nicht mehr durch die Türen durchgekommen, Alter. Boah, ich geh mich wieder ab. Ich bin ab, dich mit der Schatten abgeschossen. Ach, du warst es und dann bin ich plötzlich weggeflogen. Ja, du standest so dumm rum. Ja, ich hab die Bärenfalle da gelegt. Ich standest drumrum. Achso. In der Bärenfalle ist das was, was nur ein Traitor kann? Ja, ja. Ja, das hab ich mir nicht gelegt, deswegen hab ich dich abgeknallt. Für alle anderen gibt's nur noch einen. Aber nicht rechtzeitig. Außer die Katze. Du kannst alle töten, die was komisches machen. Aber, hallo, Tür. Nee, außer die vielleicht doch noch mal sicher gehen. Die gibt's für alle. Ja, und die Schaufel gibt's auch für alle. Ja, gut. Nur um so mal festzuhalten hier. Dankeschön, Midlady. Darf ich durch? Ich brauch immer noch Waffen. Der Traitor braucht keine Waffe, Andi. Entschuldige, Leute. Ja, ich brauch aber einen. Doch, Mann. Jetzt will ich schon wieder rum. Äh? Äh? Achso. 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 Schlafzimmer ist ne geile Waffe. Hinter den Tresen liegt auch. Hinter den Tresen gibt's auch eine. Ich hab eine. Ich hab eine. Ich hab eine. Habe gefunden, meine Freunde. Oh, hab ich gefunden, auch der Granate. Oh, hier gibt's sogar Schränke. Hallo. Die sind zwar ein bisschen älterisch. Jetzt raucht Granate. Ja, das ist eine Rauchgranate. So, ich lebst du euch nicht. Nimm einen tiefen Zug und beruhigt dich. Lass dich jetzt nicht mehr aus den Augen, Andi. Oh. Andi, ihr habt mich am Stall. Und da wollte ich mich abknallen. Ich hab nur leider daneben geschossen. Andi, wo bist du hin? Nirgendwo? Ich fühl mich ganz wohl, wo ich hier bin. Und jetzt auch? Hallo, Luka. Warum bist du verwundert? Äh. Kann das... Ja. Sehr gut geschaltet. Sehr gut geschaltet. Sehr gut geschaltet. Andi! Hä? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Eine EU-Frau spürt das, wenn sie belogen wird. Unglaublich. Geil. Ich fühl mich gerade... Ich hab gedacht, wenn du mich tötest, gehst du durch meine Bombe drauf. Gehst du durch meine Bombe drauf. Ja, was ist, Fabi? Hast du das Fahrrad genommen? Bist zur Arbeit gefahren? Ach, ja. Ich lass dich nicht mehr aus den Augen. Okay, dann nimm mein Fahrrad, bitte. Oh Mann, ey.